Hallo, Ara. Bist du bereit für das Oktoberfest? Jawohl, natürlich. Wir warten auf, Natalie. Sie ist immer ein bisschen spät. Hallo, Ara. Es tut mir leid, ich bin spät. Ich habe durch meine Becke geschlafen. Es ist ganz okay. Wir haben viel Zeit mehr. Wo fahren wir vor Oktoberfest noch mal? Wir reisen nach Hermann, Missouri, die Westmarchen Hauptstadt des Missouri und das Herz des Missouri-Spain-Anbau gebaut. Hermann sieht so aus aus Columbia. Ja, und da ist der See Hall. Schhh! Mag dir das Vegan? Keinen Kopf. Wir haben nächsten eine Reiser nach Hermann, die Filmbudget im Wein erkleinert. So weißt du, haben wir gute Sonne Kräfte benutzen. Stimmt, Marc? Seht ihr? Es gibt einen Weinvägen. Ach ja, stimmt. Und da geht ein Arjen. Was fühlt uns mit sie sozialisieren? Mensch, jene Nahren sind verrückt. Hermann, Missouri ist einfach Wünderliche, nett. Ja, und es gibt so viel zu tun. So was ist ein Tobias vor eigentlich? Echt? Was? Es ist nur ein Haus, weil sie sich total besoffen. Nein, nein, nein. Das ist nicht stimmt. Was ist es wirklich? Weißt du irgendetwas, IBS? Nein, nicht ihr. Wir können das fast sagen. So, es hat in der Jahr 1810 angefangen mit einem königlichen Hochzeichen. Die Leute haben verschiedene Attraktionen in den Kabinen mit Freisen. Und groß genug auch für eine ganze Visa haben. Die ganze Stadt München eingeladen werden. Das Fest wird am Essen in der Mitte Oktober gefeiert, weil die Hochzeit den war. Aber heute ist das Besuch der ersten Sonntag in Oktober. Das ist der Tag der deutschen Einheit. Und manchmal nach der Tag auch. Heute ist das Fest natürlich einer der größten der ganzen Welt. Andere Länder hat Oktoberfest auch. Siebzehn Tage von Bier und Spaß. Der breitet schnell, ja? Ja, ja. Zu viel Rennen. Ich würde nach der Fest gehen. Komm schon, er hat Recht. Wir können über Geschichte in der Schule sprechen. Jetzt möchte ich Spaß haben. und siebzehn. Action! Wait, am I going again? Awww Fancy